Die hierzu erwerbende renovierungsbedürftige Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Neuss, Rheinkreis. Das Objekt wurde 1972 erbaut und wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller sowie einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 48 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 35.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017